So, wir machen weiter. Gucken wir mal, ob wir es jetzt schaffen, uns nicht zu verzetteln. Das ist dann der dritte Block, wo wir dann jetzt wirklich über die Ursachen und Symptome und Probleme der Piraten reden. Und Ron hat eine These in den Raum gestellt, wir haben uns verzettelt. Haben wir eventuell das eine oder andere Mal schon an diesem Tag live erleben können? Und ich übergebe das Wort an Ron. Tatsächlich haben wir das jetzt schon mitbekommen, wie wir das hier live gemacht haben. Deshalb brauche ich das eigentlich auch gar nicht mehr im Detail auszuführen, was ich jetzt mit Verzettelung meine. Wichtig ist bei einer Strategie, dass man tatsächlich auch auf den Punkt kommt. Und deshalb wollen wir jetzt auch bei diesem Tag darüber sprechen, welche Probleme diese Partei hat. Ich sage, dass das größte Problem die Verzettelung ist, dass wir nicht auf den Punkt gekommen sind bei vielen Themen. Das war's? Muss ich das jetzt googeln? Das kann man gerne googeln. Das bedeutet in der Konsequenz, dass wir auch unser Programm in neue Themenschwerpunkte erweitert haben. Das machen Unternehmen auch ganz gerne, dass sie nicht bei dem bleiben, wo sie sich auskennen. Wenn man sich überlegt, dass wir bei einem Punkt gestartet sind, dann sind wir immer breiter geworden. Und das in vielen Bereichen. Ich will jetzt einfach nur mal drei ausgreifen, wo das jetzt zum Beispiel zu treffen würde. Also wir haben uns unheimlich bei unserer Struktur verzettelt. Ich würde sagen, wir haben auch dort versucht, Volkspartei abzubilden, indem wir überall auch unnötigerweise Gliederungen gegründet haben. Und wie wir jetzt auch sehen, dass sie uns Probleme machen, dass wir sie teilweise abwickeln müssen. Aber wir haben ohne Plan, ohne Strategie uns auch von der Struktur her ausgedehnt. Wir haben aber auch eben, dass das Programm ohne Strategie erweitert. Ich würde sagen, wir haben uns da maßlos verzettelt, weil da überhaupt kein Plan dahinter steckt. Also wir als Gruppe haben uns keinen Plan gemacht. Die einzige Strategie, die diese Partei unabgesprochen seit 2012 gehabt hatte, ist, wir wollen jetzt ein Volksprogramm haben. Also wir wollen ein Vollprogramm haben. Sie werden da schon ineinander verfließen lassen. Wir wollten ein Vollprogramm haben, weil wir uns von den Medien dort abend reingelassen haben, die immer gesagt haben, ihr habt ja eh kein Programm. Und wir haben uns dabei maßlos verzettelt. Wir verzetteln uns auch regelmäßig bei der Kommunikation, weil wir dort einfach nicht auf den Punkt kommen. Wir sprechen ein Thema an und kommen dann vom Hundertstel ins Tausender und verzetteln uns da eben maßlos. Und ich möchte euch, bevor wir dann auch wieder so ein bisschen mit dem Verzettel weitermachen, in die Diskussion einsteigen, ein Bild mitgeben. Also stellt euch mal ein Restaurant vor. Mit unserem Standtischen sind wir ja auch oft genug in einem Restaurant. Privat werden wir auch häufiger in einem Restaurant sein. Und oftmals hat man das Problem, dass diese Restaurants nicht funktionieren. Und dann sucht man sich vielleicht einen Berater. Und der Berater fragt dann, was ist denn das Problem? Und dann kommt die Frage, wir haben zu wenig Gäste. Jetzt stellen wir mal dieselbe Frage der Piratenpartei. Was ist denn das Problem der Piraten? Sie haben zu wenig Wähler. Aber ist das jetzt tatsächlich das Problem? Ich würde sagen, es ist ein Symptom. Das Problem beim Restaurant, dass da zu wenig Gäste kommt, ist ja woanders zu suchen. Vielleicht ist der Koch ständig verliebt, nutzt zu viel Salz. Er hat es vielleicht auch gar nicht gelernt zu kochen. Oder liegt es an der Bedienung, herrscht dort zu wenig Gastfreundlichkeit oder hat man einfach eine viel zu dicke Speisekarte. Das ist auf jeden Fall oftmals ein Problem. Eben auch Analyse von extern, dass dann einfach das Angebot viel zu groß ist und man sich nicht spezialisiert hat und nichts richtig kann. Also wenn im Restaurant die Speisekarte so dick ist, da hat man als Gast schon das Gefühl, was kann der eigentlich richtig. Also irgendwie, er kann alles, aber irgendwie nichts richtig. Also da muss man sich schon den Koch mal fragen oder sich empfehlen lassen, was in den Lokalen überhaupt gut ist. Weil das Ding vielleicht so zu süßig ist. Aber ihr habt die Analogie schon verstanden. Die Piraten haben ein viel zu dickes Programm und der Beda hat auch nicht mehr so das Gefühl, was können die eigentlich, was wollen sie eigentlich. Weil man hat jetzt überhaupt nicht mehr so das Gefühl darüber, für was die Partei überhaupt steht. Wir haben auch ein bisschen ein Problem mit der Basisdemokratie. Wenn wir uns ein Restaurant anschauen und da haben wir dann zehn Köche am Herd. und was durchaus auch in dem einen oder anderen Restaurant passiert, dass es nicht jeden Tag der Küchenchef da ist. Und dann kriegt der Kunde am nächsten Tag was anderes vorgesetzt. Heißt auch in der Speisekarte zwar das genauso, aber schmeckt anders. Es ist nicht das gleiche Gericht. Bei den Piraten, die ja auch zu allen eine Meinung kommen wollen, aber wenn man sie zu einem Thema fragt, kannst du zehn Piraten fragen und kritikst 15 Meinungen, weil man auch nicht mit einer Stimme spricht. Also wir müssen hier bei den Piraten auch schauen, wo ist das Symptom und wo ist tatsächlich das Problem, was wir in dieser Partei haben. Also was meines Erachtens wir machen müssen, wir müssen uns fokussieren. Wir müssen von der Verzettelung weg. Wir müssen auf den Punkt wiederkommen. Deshalb jetzt erstmal von mir auch die These, dass wir uns verzettelt haben als größtes Problem. Aber das dürfte nicht das einzige Problem sein. Und deshalb würde ich euch jetzt auch fragen, was glaubt ihr, was wirklich das größte Problem ist und versucht das dann herzuleiten, also zu begründen, wenigstens auch warum ihr glaubt, dass das Problem ist und versucht dann eben halt nicht Ursache mit Wirkung zu verwechseln und dass wir nicht über das Symptom reden, sondern tatsächlich über das Problem. Also zunächst mal ganz kurz, weil du gerade nochmal mit reingenommen hast als Begriff, Volkspartei und Vollprogramm ist ja nicht das Gleiche. Das muss man nochmal kurz so absagen und bedingt sich auch nicht unbedingt, wenn es vielleicht durchaus etwas mit einer zu tun hat, aber es bedingt sich nicht gegenseitig. Ich würde die These abändern, ich würde konkretisieren und würde sagen, wir haben unsere Sympathisanten und unsere Wähler verschreckt und irgendwie, ja, nicht davon gejagt, aber verschreckt. Ich würde auch sagen, also ich bin selber kein Volli, wie man es sehr schön formuliert hat, aber ich würde sagen, dass das Programm breiter wird und man sich mit mehr Themen beschäftigt als Partei mit der Zeit, ist ganz normal und ist auch erstmal nicht schlimm. Das Problem, was ich sehe, ist nicht, dass es passiert ist, sondern das Wie und das Was. Das Wie ist, ja, wie das abgelaufen ist und das Was ist eben zum Teil die Inhalte oder deren Formulierungen zum Teil auch. Wir haben parteiintern in den letzten Jahren so eine Art, nehmen wir einen starken Begriff, so eine Art Kampfdemokratie gehabt. Das heißt, wer halt gewinnt, gewinnt halt irgendwie und der halt irgendwie den Beschluss durchbringt, hat gewonnen und alle anderen haben halt nicht gewonnen, so ungefähr. Und das ist natürlich schlecht, das hinterlässt. Natürlich erhebliche Kollateralschäden, wenn irgendwelche Beschlüsse mit auch ins Zweidrittel sind, auf dem Bundesparteitag, der nicht wirklich unbedingt repräsentativ ist, durchkommen mit einer ganz knappen Zweidrittelmehrheit und mit halt das Raktivität teilweise irgendwie gehen oder nach einer Zeit gehen oder wie auch immer oder halt nicht mehr sich engagieren. Und es hat also wirklich was ganz stark, glaube ich, mit den Inhalten zu tun. Mehr würde ich jetzt gerade mal noch nicht sagen, sondern wir werden vielleicht noch zu einer Lösung kommen, aber jetzt gerade noch nicht, wenn wir erstmal so viel weitergehen. Der Ron ist, glaube ich, gar nicht da. Zum Ron wollen wir noch mal kurz sagen, bei dieser kurzen Zusammenfassung. Deshalb ist das Gefühl, dass Ron uns wohl hier hinführen möchte, den ganzen Vormittag diese Punkte vorbereitet. Und ich sehe schon, dass da ein gewisser Konsens in dieser Runde ist, der Richtung mehr Vollprogramm eigentlich geht. Und ich sehe jetzt überhaupt nicht, dass wir uns jetzt irgendwie verzetteln. Die anderen Gründe, warum wir jetzt eventuell nicht erfolgreich waren, sehe ich darin, dass wir, wie vorhin schon erwähnt wurde, der Pragmatismus fehlt. Also wir haben selbst diese Netzthemen, bestimmte Dinge einfach nicht mit dem notwendigen Pragmatismus vorgetragen. Also wie können wir Leuten, die Twitter nutzen, sagen, dass man im Internet nachschauen kann, wer alle seine Freunde sind und wo die sich alle gerade aufhalten. Das kann man alles machen. Solche ganz praktischen Dinge, wie wir Handynutzer, Internetnutzer aufklären könnten, welche Gefahren drohen, wie sie aufpassen sollten, auf was sie achten sollen, das ist alles unterblieben. Und das ist der Pragmatismus. Da müssen wir hin, da müssen wir viel mehr arbeiten, wir müssen viel mehr den Leuten was an die Hand geben, was in ihrem täglichen Lebensalltag wirklich wirkt. Also das Verschlüsseln, warum verschlüsseln wir E-Mails und so weiter, das müssen wir denen viel klarer vermitteln. Und warum wir diese, der andere Punkt, warum wir ein bisschen gescheitert sind, ist einfach die öffentliche Kommunikation und gerade von Führungskräften war unterirdisch. Wir sind eben trotzdem auch Volkspartei und Volkspartei heißt, wir sprechen mit der Bevölkerung. Und diese Art und Weise, wie Auseinandersetzungen geführt wurden, wie Leute öffentlich herabgesetzt und defamiert wurden, das stößt den Leuten extrem auf und das funktioniert so nicht. Und das andere, wo ich einen Vorwurf machen muss, oder möchte an dieser Stelle, ist die Verwaltung. Ein ganz wichtiger Punkt war, dass immer erzählt wurde, dass die Partei pleite wäre. Und das liegt einfach daran, dass man keinen Durchblick hatte über die eigenen Finanzmittel, dass man seine eigene Organisation nicht in Ordnung gebracht hat. Also man tut immer so, als würde alles ganz super laufen und ich verstehe ja, dass die Leute es freiwillig machen, aber in die Öffentlichkeit zu gehen, in Zeitungen wie die Wirtschaftswoche oder in Spiegel überall zu bekunden, dass wir pleite sind und eigentlich haben wir eine ganze Menge Geld auf dem Konto und haben nur eine Fehlplanung, das ist schon mehr als bedauerlich. Und das schreckt einfach Leute ab. Ja, dann sage ich jetzt mal das böse A-Wort, die Antifa war schuld. Es ist natürlich verkürzt und stimmt so nicht, aber tatsächlich ist es so, ich möchte das bitte auch nicht auf Twitter wiederlegen. Also kurz möchte ich darauf eingreifen, und ich habe jetzt nicht gefragt, wer schuld ist. Okay, sorry. Ich habe gefragt, was ist unser größtes Problem? Unser größtes Problem war, dass wir aus einer, wir waren ja im Prinzip relativ ideologiefrei im Sinne von, dass wir keine Ideologie auf dem bisher, also von den Ideologien, die am Ideologiemarkt angeboten wurden, angenommen hatten. Bis zu einem gewissen Punkt, wo wir uns dann quasi dafür entschlossen haben, eine schon vorherrschende Ideologie einzukaufen, ich benutze es jetzt einfach mal so, und die dann in unserer Partei verbreitet haben. Und das ist der Grund gewesen, warum wir dann auch, weil es da eben dann auch sehr viel um Sprache ging. Und da haben wir uns sehr von der Bevölkerung entfernt, und auch von Leuten, die uns nahe standen, die aber eben keinen Bock hatten. Wann war das? Als der Kegelclub angefangen hat, mit diesem Brief von den Juppies. Da hat es angefangen. Die Julia. Aber auf jeden Fall. Ja, wann ist das in der Öffentlichkeit rübergekommen? Oh Gott. Was war denn das? Warte mal, 2011 muss das gewesen sein. Also 2011 haben wir 8,9% in Berlin geholt. Dann würde deine These nicht aufgehen. Nee, nee. Aber gerade über diesen Erfolg hat sich ja innerparteilich diese Ideologie quasi bestärkt gesehen. Und da wurde dann eben der Erfolg begründet, mit diesem, oh, wir sind so progressiv aus Berlin, und was in Berlin klappt, klappt bestimmt auch bundesweit. Und das ist irgendwie so ein Motiv in unserer Partei schon seit Jahren gewesen. Dass Berlin in Berlin erfolgreich ist und deswegen meint, dass es mit Berliner Methoden auch bundesweit erfolgreich sein kann. Es tut mir leid, ich will nicht Berlin wäschen. Aber es ist halt einfach so. Irgendjemand muss es mal sagen. Das würde man auch sagen dürfen. Wow. Du hast es. Ich sehe das größte Problem, das habe ich vorhin in der Pause kurz angesprochen, mit dem Mangel an Qualität in der Arbeit. Und zwar sehe ich es auf vielen Ebenen wieder. Ich untersuche so etwas immer. Wir haben eine Quantität, die ist gigantisch. Ich habe mich schon über das Grün-Programm kaputt gelacht, mit 350 Seiten. Zur Bundestagswahl 2009. Da habe ich mir den Spaß gemacht, mal nachzuschauen, wie oft ich das Wort müssen verwenden. Weil die haben alle anscheinend eine Inkontinenz. Das war so eine Analyse von mir. Und wir sind ja doppelt so stark, was unser Programm angeht. Und wenn ich das alles lese, kann sich das auch merken. Immer vor dem Hintergrund, die in Bayern immer noch erfolgreichste Partei ist Pechschwarz und deren Programm hat 25 Seiten. Und damit kann man offenbar Leute finden, die wählen. Aber da steckt tatsächlich Qualität drin. Davon bin ich überzeugt. Wenn man das liest, weiß man, was die wollen. Und das haben wir nicht. Wir haben das Problem mit dieser Kampfdemokratie angesprochen. Das ist ein typischer Mangel an Qualität. Weil einfach keine Spielregeln da sind, nachdem so Sachen ausgetragen werden. Wir sind zu wenig pragmatisch. Ein typischer Mangel an Qualität. Wir haben zu wenige konkrete Angebote. Wieder ein Mangel an Qualität. Schlechte negative Kommunikationskultur. Wieder ein Qualitätsmangel. Also in Quantität kann es nicht gehen. Auf keiner Ebene. Und vorher schon Ideologie eingekauft. Harder Begriff. Aber ich glaube, du meinst, das Vakuum an Ideologie, das aus der Bewegung Piraten-Netzbewegung entsteht. Ich sage auch gar nicht, dass das alles scheiße war. Es ist ja schön, dass die Nazis aus der Partei gekannt haben. Nein, ich meine, in jeder politischen Partei würde man feststellen. Wenn eine Bewegung Partei ist und Politik machen will, dann wird es in irgendeiner Form so etwas wie Glaubenssätze in Ideologie geben. Stärker oder schwächer. Entsteht ein Vakuum. Und es besteht ein Vakuum. Während sich immer Menschen eingeladen fühlen, das auszufüllen. Weil es diese Menschen eben gibt. Wir haben in der Mittagspause darüber geredet, Political Engineering. Da braucht es Leute, die Politik managen wollen. Die braucht man. Wenn die in der Netzgemeinde nicht zu finden sind, weil die Netzgemeinde anders tickt, dann trifft halt die Netzgemeinde leider auf eine harte Realität, nämlich dass es im richtigen Leben halt so abgeht. Die, die Verträge unterschreiben, sind nun mal diese Leute, die Engineering betreiben. Und zwar ist das Political Engineering. Das Sonderfall von Social. Und das, glaube ich, das fehlt. Und das ist einfach ein Qualitätskriterium, das wir brauchen. Oder nutzen sollten. Und, kannst du die nächste Folie nochmal einblicken? Oder was jetzt? Was ist denn? Was ist denn nochmal? Hm? Die sind nochmal eine Folie weiter? Die nächste Folie beratet. Ich bin ein Außenseiter. Ich bin ein bisschen hinter. Thomas, ich stimme da dann an ganz vielen Sachen zu. Deswegen würde ich da gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich sehe aber auch als unser größtes Problem, und ich glaube, Benjamin mit, und auch was du so ein bisschen angesprochen hast, dass wir nie die Werte, für die wir als Piraten spielen, ausdefiniert haben. Ja, da. Ja, da. Ich schweige den Daten, davon rede ich ja noch nicht mehr. Man müsste erst mal definieren, damit wir es leben können. Ja, aber selbst da haben wir überhaupt nicht mehr rein. Wir hatten vorhin noch eine andere Folie gehabt, wo mehrere Beispiele drauf standen. Wir hatten uns verzettelt, und dann gab es verschiedene Beispiele. Ich würde mich dann gerne darauf beziehen, um hier nicht den Fokus zu verlieren. Das Restorat. Das ist mein Blätter. Ich speise gerade ein Bier. Ich habe gerade eine Folie. Ich habe gerade eine Einladung, aber es wird verloren. Kommunikation, literale Diversifikation, das ist noch drei Stück weit. Genau, ich glaube, es ist ein Thema bei Gründung von Gliederungen. Keine zielgerichtete Programmentwicklung und was war das dritte? Kommunikation. Kommunikation, okay. Also zum Thema, wir haben uns verzettelt. Verzetteln kann man sich eigentlich nur, wenn man irgendwo klare Ziele definiert hat und dann irgendwo daneben liegt. Und das, was bei uns eigentlich passiert ist, war das einzige Ziel, was wir eben hatten und was auch die Erwartungshaltung war an uns war, wir kommen in den Bundestag und wir holen 6,5%. Das war das strategische Ziel, bei der Bundestagswahl, 6,5%. Ansonsten, dass wir keine Gliederungen gründen sollen oder dass wir das Programm nicht einfach erweitern sollen, da muss man sagen, das haben wir eben so überhaupt nicht beschlossen gehabt. Da gab es eigentlich nicht wirklich irgendwelche Zielsetzungen, wie das Programm erweitert werden soll. Es gab auch keine Zielsetzung, ob es, dass keine Gliederungen gegründet werden sollen. Und insofern kann man sich da auch nicht verzetteln. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, wir haben in der Piratenpartei eine Macherkultur und es gibt das piratige Mandat. Und wir haben auch gesagt, wir sind eben nicht hierarchisch strukturiert wie andere Parteien, wo es eine Parteizentrale gibt oder den Vorsitzenden Helmut Kohl. Und wenn ihm irgendwas nicht passt, ruft er irgendwo an und sagt, dann hör mal zu, also der aus Niederbayern, also das geht ja gar nicht oder so. Das wollten wir halt genau nicht. Und dann sind wir eben als Schwarm losgelaufen und da laufen wir eben nicht immer alle in die gleiche Richtung. Wir haben Gliederungen gegründet, die man ja auch braucht. Du brauchst ja Leute, die an der Basis Wahlkampf machen, die Plakate aufstellen, die den Stand in der Fußgängerzone haben. Und dazu haben wir Gliederungen gegründet. Und das Programm haben wir halt entwickelt, so wie das halt die AGs halt wollten. Jeder kann Anträge stellen. Das war halt ein Basisprozess, ein Bottom-up-Prozess. Was uns vielleicht gefehlt hat, wären halt vielleicht Gleitplanken oder irgendwelche Vorgaben gewesen von einem Bundesvorstand. Da muss man sagen, die Leute waren in der Situation, die waren das erste Mal im Vorstand und hatten jetzt natürlich das Problem, kriegen sie die Akzeptanz der Basis, wenn sie zu hierarchisch irgendwas vorgeben, dann sind sie in der Kritik. Ich glaube, dass wir einfach, ich würde das noch gar nicht so bewerten, dass es jetzt alles eine große Katastrophe ist. Wir haben aber ein Problem in der Kultur und in der Zusammenarbeit, in der Partei. Und das können wir nur lösen durch mehr Socializing und durch mehr Gespräche. Wir können viele Konflikte, die auch emotional sind, also Konflikte sind immer emotional, die können wir nur das Netz nicht auflösen. Und dafür müssen wir eben einfach mehr Treffen machen, mehr Veranstaltungen machen, mehr Socializing betreiben. Ich kann Ihnen nur zustimmen, ich habe die Erfahrung gemacht, schon vor vielen, vielen Jahren, als ich mein Projektleiter war, bei einer amerikanischen Firma und Teil des Teams war in den USA und Teil des Teams war in Europa. Ich habe sehr zum Leibwesen meiner Chefs darauf bestanden, dass wir uns zweimal im Jahr für eine Woche irgendwo treffen, weil sonst können solche Teams nicht zusammenarbeiten. Da kann man Mandel machen, da kann man auch irgendwelche tollen Videokonferenzsysteme haben, wo man sich gegenseitig sieht. Das funktioniert nicht. Man muss in der Lage sein, die Menschen anzuschauen, zur Not auch mal zusammen, sie zu streiten, danach ein Bier zu trinken. Nur dadurch entsteht letztlich die Zusammenarbeit, die man wirklich braucht, um effizient zu arbeiten. Das gilt für Vorstände, das gilt für alle derartige Gruppen, und man kann dann, wenn man sich wieder zusammengeraucht hat, durchaus lange, wieder mal ein halbes Jahr, vielleicht mal ein Jahr, arbeiten, ohne sich persönlich zu treffen. Aber die persönliche Zusammenarbeit, die muss immer wieder passieren, um das Team einzunordnen. Sonst arbeiten die nicht zusammen. Okay, also ich glaube, dass es ein grundlegendes Problem gibt. Ron hat ja gefragt nach den eher grundlegenden Problemen und nicht aus denen, die daraus kommen. Und das ist, dass es keine vernünftigen, funktionierenden Prozesse zur innerparteilichen Demokratie gibt. Ich glaube, dass sich so ziemlich alles andere, was auch jetzt angesprochen wurde, und so weiter, insbesondere dieser schlechte Umgangstur, unter Streit und so weiter, dass das alles größtenteils nur eine Folge davon ist, dass die Prozesse eben nicht funktionieren. Ich möchte nämlich noch eine andere These hinterfragen, und zwar, ob der Erfolg und der Niedergang der Piraten irgendwas mit unserem Parteiprogramm zu tun hat. Ich glaube es nämlich nicht, weil ich glaube auch, eine große Vielentschätzung war eigentlich dieses Instrument-Parteiprogramm. Das interessiert für 90% der Wähler nicht. Ich habe mir gerade schon Gedanken gemacht, wozu braucht man eigentlich ein Parteiprogramm? Also ich denke, das Parteiprogramm ist eigentlich intern für die Partei viel wichtiger als extern, weil nach außen interessiert es niemanden. Sondern es geht darum, wie sich die Gruppen dann zusammenfinden, welches Ziel sie haben und welches Image sie dann nach außen verbreiten. Und ob jetzt diese Kommunikation mit den schlecht abgebildeten demokratischen Strukturen zu tun hat, weiß ich nicht, dem freue ich mich jetzt erst einmal nicht. Also sagen wir mal so, ich denke dadurch, dass am Anfang oder so 2011, 2012 viele in die Partei gestürmt sind und da vielleicht ihre Programmpunkte nicht umsetzen konnten, beziehungsweise viele diese allgemeine Richtung der Partei nicht gepasst haben, kann es schon sein, dass wenn sie sich nicht auf einem Parteitag aussprechen könnten, das dann halt über Twitter über direkte Angriffe machen. Aber ich denke, das was dann halt verheerend war, ist, dass dieses Bild nach außen getragen worden ist. Und dieses Bild hat, glaube ich, eigentlich uns viel mehr zu schaffen gemacht, als ob wir jetzt einen guten Programmpunkt zum Thema Anbindung mit dem Flughafen haben. Das interessiert keinen, sondern es war einfach, die bringen es ja nicht mal fertig, sich intern zu strukturieren und da vernünftig mit der Handlung zu gehen, wie sollen wir die wählen? Dann explodieren ja quasi unsere Parlamente auf. Ich denke, das ist eigentlich der Kernpunkt, den wir uns eigentlich verzettelt haben, mit der Wirkung unseres Programms und mit unserer Außenwürgen generell. Ja, nur ganz kurz zum Thema Relevanz der Programme. Ich denke, die Programme, egal welche, sind Ausfluss von dem, was da so passiert. Insofern auch ein Symptom, so wie es vorhin formuliert hat, von dem ja natürlich im Zusammenhang zu sehen mit dem, was er, glaube ich, gut definiert hat, dass wir Probleme mit unserer innerparteilichen Demokratie haben, mit den Abläufen, mit den Prozessen dort, von dem wir dann schon einen Zusammenhang mit den Programmen, weil die Programme ja der Ausfluss, also ein Symptom von den ganzen Problemen sind. Ich denke, auch ein Problem ist nicht mal unbedingt, dass es keine innerparteilichen Strukturen gab, sondern, oder sagen wir mal so, wenn es welche gab, jetzt sagen wir mal in Berlin, wo es dann groß geworden ist, da hat man vielleicht auch überhaupt keine Strukturen gebraucht. Aber für Berlin haben die informellen Strukturen gereicht. Das ist kein Flächenstaat, das ist ein kleiner Raum, man läuft sich oft über den Weg. Genauso kann man sagen, die Sachen, die in Berlin funktionieren, funktionieren jetzt nicht unbedingt in Bayern. Und genauso ist es so, da waren vielleicht auch diese Strukturen nicht nötig. Bloß dann, wenn dann die Partei so massiv wächst und sich über das ganze Land ausbreitet und sehr viele Mitglieder hat, spätestens dann hätte man halt Strukturen implementieren müssen. Und das wurde versäumt, wahrscheinlich auch jemand, weil, da muss man auch dazu sagen, nicht, weil es vielleicht da keine Leute gab, die darüber nachgedacht haben, aber da muss man auch dazu sagen, die Leute waren ja auch unheimlich eingebunden. Das heißt, die Leute hatten, das war ein Problem damals definitiv, die Leute hatten die Scheuklappen an, weil sie nur noch von einem Wahlkampf und von einer Aktion und Demo zur nächsten sind. Das heißt, wir zum Beispiel machen jetzt nochmal eine Klausurtagung, damit wir mal überhaupt immer über die Probleme reden, was hätten wir zum Beispiel im Wahlkampf überhaupt besser machen können oder wo gab es überhaupt Probleme oder wo lassen die Strukturen zu wünschen übrig und dass man sich da nochmal zurücklehnt und sagt, okay, hier an sehr vielen Punkten ist es schief gelaufen, wie können wir es besser machen, dass wir eine Struktur kriegen, die wir ja definitiv brauchen, weil ohne ist es anscheinend nicht zu rufen. Und ich denke, das ist eigentlich ein Hauptproblem. Es gab keine Strukturen und wenn es welche gab, haben die dem Ansturm an Mitgliedern und der Ausbreitung die Fläche einfach nicht stattgehalten. Und dieses, wenn man mal ganz salopp gesagt bei dem Bier drüber redet, kann man viele, viele Konflikte vermeiden und viel Klarheit schaffen. So, bloß, wenn halt einer in Hamburg wohnt und der andere in München, dann ist es halt erstmal schwer machbar. So, vor allem, weil die meisten machen das ja auch freiwillig und haben auch vielleicht nicht die Zeit oder das Geld oder beides, sich dann einmal zusammenzutreffen. Wie man das dann über, ob man das dann in Strukturen einbinden kann, dass dann trotzdem eine Zusammenarbeit möglich ist, darauf habe ich dann keine Antwort. Aber irgendwas muss daher, sonst wird es nicht gut. Da möchte ich drauf antworten. Also, diese Frage habe ich schon 2013 auf der Marina Kassel beantwortet und das Konzept dazu ist der Leuchtturm. Findet man wahrscheinlich im Internet. Dieses grundlegende Problem ist, glaube ich, echt, dass wir nicht eine Piratenpartei haben, sondern 17. Nämlich die 16 Landesparteien und den Bundesverband. Und dadurch diese Kampfdemokratie, die wir eben in den letzten Jahren kultiviert haben, sind es auch tatsächlich unterschiedliche Parteien. Und das ist quasi das Pudels Kern. Wir haben keine zentrale, zumindest nennen wir es Strategieeinheit oder was auch immer, beziehungsweise informell existiert es schon. Es gibt einzelne Individuen und auch kleinere Gruppen, die einen relativen Überblick haben über ihre persönliche Vernetzung, was in den einzelnen Landesverbänden so vor sich geht. Aber tatsächlich gibt es kein, ich nenne es jetzt mal Serviceangebot, für die Organisationsstrukturen auf der Landesebene, von der Bundesebene, die eben einfach das alles mal in Beziehung setzen kann. Deswegen kocht jeder sein eigenes Süppchen und viele Dinge werden red und dann versucht zu lösen und dabei wird dann einfach viel Potenzial verschwendet. Ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist eine einheitliche Kommunikationsachse quer durch die Partei. Das habe ich 2009 in Hamburg schon versucht anzustoßen. Aber irgendwie wehrt sich die Partei wirklich mit Händen und Füßen dagegen, diese zentrale Kommunikationsachse aufzubauen. Es braucht einfach wirklich so etwas wie, und jetzt weniger als immer, also mehr als nur diese Lafo-Kreppen und sonst irgendwas. Es braucht ein institutionalisiertes, nennen wir es mal einfach Beobachtungsinstrument über den Gesamtzustand der Partei. Ich will es gar nicht Kontrolle- oder Steuerungsinstrument nennen. Das als Serviceangebot für die einzelnen Untergliederungen einfach den Gesamtzustand der Partei, wie nennt man das, monitort und darüber hinaus einfach ein Bild abgibt davon, was eigentlich in der Partei gerade läuft und wie und wo. Und wenn wir das irgendwie hinbekommen könnten, dann wären wir auch sehr viel schlagkräftiger. Im Moment sind wir so, wenn man irgendwie so die Partei als ein Körper betrachtet, dann sind wir eben leider nicht Ruhe dahinten. Dann sind wir eben nicht, haben wir eben nicht zwei Beine, zwei Arme und einen Kopf, sondern es ist irgendwie eine tausendfüßler, neunkörprige Hydra-Eier-legende Wollmilchsau. Und das ist so das Problem. Wir müssen schauen, dass wir das vereinheitlichen und unsere Angst oder unsere Ablehnung von Hierarchie und damit verbunden unsere Ablehnung von strukturierter Arbeit über das gesamte Bundesgebiet hinweg müssen wir ablegen und schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Zentrale Kommunikationsachse durch die Partei, das ist auch nicht Top-Down. Das ist laterale Organisation. Also was du gerade ansprichst, da will ich vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, gar nicht unbedingt was zu kritisieren, um einfach mal zu reflektieren, was mir dazu so einfällt. Was wir zum Beispiel haben, ist, wir haben die AGs und die SGs und wir haben eine Koordinatorenkonferenz, wo durchaus, sage ich mal, Strukturen da sind in der Partei, die sich selber rausgebildet haben. Die werden nicht zentral gesteuert, sondern jeder, der eine AG aufmachen möchte, kann das tun, hat eine Wiki-Seite, geht auf diese Koordinatorenkonferenz und damit sind in dem Sinne diese Strukturen schon irgendwo vorhanden. Wo ist das Problem? Das weiß ich auch nicht so genau, ich versuche nochmal zu reflektieren, es gibt die Koordinatorenkonferenz, es gibt innerparteiliche Strukturen, die sind nicht mehr da zum Verankern. Wo ist jetzt das Problem? Wir sind jetzt gerade bei der Analyse, wir wollen uns jetzt ganz recht fertigen, dass alles super ist. Nee, ist es nicht alles super? Ja, dann sag was, dass das aus deiner Perspektive das größte Problem ist. Ich glaube nicht, dass der Mangel an Struktur kausal versichtlich ist für die momentane Krise, weil wer strukturiert arbeitet, weil was nicht? Ja, ich wollte ja auch mal sagen, Benjamin, ich glaube, du hast einen Lösungsvorschlag für ein Problem vorgeschlagen, wo wir uns noch nicht mehr drüber einig sind, ob es überhaupt das Kernproblem ist. Da ist irgendjemand anders dran, oder kann ich das noch antragen? Aber dann kannst du gerne eine feste Antwort. Super. Kurz. Okay. Redundante Strukturen sind redundant. Wir können uns keine Redundanz erlauben, weil wir zu wenig Personal haben. Das ist ein Problem. Sehr viel von dem, was ich jetzt gehört habe, kann man zusammenfassen. Wir haben keine Strategie oder bekannten sie nicht. Wenn sie irgendwo existiert hat, wusste keiner davon, dass sie da ist. Und das ist dann auch schlecht, denn der Herr Klausewitz hat definiert, die Strategie ist die Planung eines Krieges auf der Ebene, welche Gefechte führe ich und wann. Taktik ist dann, wie führe ich die einzelnen Gefechte. Und das ist das, was wir, deswegen sitzen wir alle hier, wir brauchen eine Strategie, in der drin steht, wo wollen wir uns auf welchen Feldern mit den anderen messen. Wo sind wir zuversichtlich, dass wir gewinnen können. Das ist eine These, dass wir keine Strategie haben. Ja. In der Wirtschaftspolitik. Genau. Oh ja. Rentenpolitik. So. Und so. Und dann ist bitte. Passt du? Also ich wollte noch mal sagen, es ist bei Kindern mit vier oder fünf Jahren so, dass sie mal ihre Umwelt reflektieren und Bilder malen können, in denen sie selber sind. Und das erste Ziel, das wir machen sollten, ist, dass die Piraten mal selber ein Bild malen sollten, dass sie sich mal in einem Bild sehen, mit der Realität, in der sie gerne leben möchten, damit sie auch wissen, nach was sie überhaupt streben. Wie lautet das? Das waren aber eigentlich die ersten beiden Tagesorten. trinken wir mal. Ja. Also gut, dann. Also wenn wir, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, Strategie, wir brauchen Strategie und Strategie ist, ähm, wie wähle ich mir meine Gefechte aus, ähm, dann ist es ja, der momentane Ist-Zustand ist ja der, dass quasi jedes, äh, jede Gliederung für sich selber ihre Gefechte sich so aussucht. Und aber gar keine, äh, gar keine Ahnung hat über den Verlauf der Gesamtfront. Sogar jedes mitgeht. Sogar jedes mitgeht. Genau. Und deshalb, deshalb ist es eben wichtig, dass man, dass man schaut, dass man zwar schon, also dieses, dieses Bottom-Up-Prinzip ist ja der eine Weg. Und der, die, die, die Top-Down-Sprung, die ich jetzt quasi gerade vorschlage, ist ja keine Weisungsstruktur, sondern ist mehr so was wie, ähm, wir geben euch eine Mini-Map, auf der ihr euch eure, auf der ihr den Frontverlauf sehen könnt. So. Und wo ihr euch überlegen könnt, wo macht es Sinn, Energie reinzustecken mit den begrenzten Kressors, die ich habe? Wo gibt es Energie? Ich denke, das ist jetzt kein Problem, sondern du schlägst, äh, eine Lösung vor. Wir haben uns aber noch nicht so auf den Grund geeinigt, ob das unser Problem ist. Deshalb, wie wir wollen jetzt überhaupt Probleme sprechen. Ich sage, ich beharre einfach so lange darauf, dass es ein Problem ist, bis wir alle eingesehen haben, dass es eins ist. Das Problem ist okay. du strebst deine Karriere der CSU an. Ja, was mir noch fehlt, ist die Tatsache, was ist denn das Ziel? Weil zu einer Strategie gehört das Ziel. Also, wir können hier einen Haufen Schlachten in Lothringen planen und in Elsass und vielleicht eine Einnahme von Verdun und eigentlich und eigentlich wollten wir Russland darüber sprechen. Ja, wir scheiß hier die Meinungsstaaten. Darf ich? Ich war einfach mal in dem Versuch hier, ein Problem zu skizzieren. Ich stelle jetzt einfach mal die These auf, es ist nicht richtig, dass es keine Strategie gab. Es gab nicht die eine Strategie, es gab eben einfach mehrere Strategien. Denn wenn, sage ich mal, anders als in anderen Parteien nicht von der Parteiführung gewissermaßen zentral eine Strategie vorgegeben wird, dann bilden sich eben in einzelnen Ländern oder in einzelnen Klicken Flügel, Parteiflügel oder Gruppierungen halt heraus, ihre eigenen Strategien entwickeln, die dann aber nicht konkurrent zueinander passen. Das Ganze ist aber für viele Leute in der Partei halt nicht wirklich sichtbar. Ja, was du ansprichst, ist, glaube ich, diese Dinge sichtbar zu machen, damit sie transparent sind für alle. Mein Beispiel, wir haben jetzt, glaube ich, bei der Europawahl halt erlebt, dass da ein Bundesvorstand gewählt wurde und auf einmal die Partei ganz komisch in eine bestimmte Ecke drohte abzudriften. Das war vielen Leuten bei der Wahl vielleicht nicht so klar. Hinterher zeigt sich, dass es da offenbar ein Netzwerk gibt von Leuten, die politischen in eine bestimmte Richtung arbeiten. Die hatten auch definitiv eine Strategie. Die hatten eine Strategie, ihre Kandidaten auf die Liste zu bringen. Die hatten eine Strategie, bestimmte Agendas zu setzen. Das heißt, es gab da schon Strategien. Hast du dafür Belege? Sonst ist das nur einfach eine Behauptung. Ja, ich habe dafür Belege. Meine These ist, es gibt sehr wohl Strategien von einzelnen Interessengruppen in der Partei, von einzelnen Netzwerken, von einzelnen politischen Gruppierungen in der Partei, die aber häufig auch mit der hinten Agenda arbeiten und es ist eben nicht für alle sichtbar. Und diese Konflikte, die brechen dann eben irgendwann auf und das passiert, dass es nicht sichtbar ist, ist eben so, in der Partei wie der CDU gibt es die Zentrale, da gibt es klare Vorgaben für alle und bei den Piraten gibt es das eben nicht. Das heißt, bei den Piraten ist es auch schwierig, sich vielleicht in der Partei zurechtzufinden, weil keiner sagt dir, was du tun sollst, auch deswegen, weil der Bundesvorstand sich auch nicht immer einig gewesen ist. Deswegen ein Vorstand, der sich nicht einig wird, kann natürlich auch nicht sagen, das ist unsere Strategie, er verweitet dann halt Aussagen, wo es zu Streit kommt, im Ergebnis steht die Basis dann halt ohne eine klare Vorgabe da, beziehungsweise jeder hängt dann in irgendwelchen Gruppierungen drin und läuft da irgendwie mit, das ist jetzt ein Versuch von mir, ich meine, dass das möglicherweise ein Problem ist, vielleicht kann jeder mal sagen, wie er das empfunden hat. Ich wollte nur sagen, eines der Probleme ist, es gibt viele persönliche Strategien, dass Leute persönliche Ziele verfolgen und das hat eben mit dem Gesamtbild nicht zusammengepasst, dass die Partei insgesamt sagt, sie hat eine Strategie, wo sie gerne hinbeistet. Keine Strategie ist auch eine Strategie. Ich versuche immer so ein bisschen der Wurzel des Problems hinterher zu jagen, ich finde das immer noch am Interessantesten, was du vorhin gesagt hast, sprachlich, dass wir Probleme mit der innerprachlichen Demokratie haben, die Frage ist ja, warum ist das so? Das ist auch für mich schwierig, das insgesamt zu analysieren, und ich sehe verschiedene Gründe, ich sehe auch Gründe, wo ich denke, dass ich sie noch nicht gefunden oder begriffen habe. Ich sehe zwei Sachen, die ich relativ klar benennen kann. Zum einen, wir hatten halt mal mehrere massive Wachstumswellen, wo dann neue Leute reinkommen, die eben auch in ihre eigenen Interessen ankommen, beziehungsweise die sagen, mich interessieren bestimmte Themen, die noch nicht gesetzt sind, die will ich jetzt setzen und wo dann natürlich auch keine, entweder keine Strukturen da sind, wo man sich sozusagen einfügen muss, auch von Prozessen her wirklich, ja, nicht nur inhaltlich, sondern auch wirklich, man muss das so und so machen, sonst geht es nicht, oder sonst akzeptieren wir das nicht, aber auch, ja, dass, sagen wir mal, ich sage mal, ideologisch nicht so ganz dieser Rahmen da war vielleicht. Das andere ist, schlicht und ergreifend, dass es verdammt schnell geht, wenn man jetzt mal zurückschaut, dass man jetzt fünf Jahre dabei seit 2009, das ist eigentlich gar nicht so viel Zeit, in dieser Zeit sind wir sozusagen einmal komplett hoch und wieder runter, das ist schon ziemlich viel und es gab, glaube ich, drei oder vier Eintrittswellen, also jedes Mal wirklich 10.000 Leute, die reingekommen sind oder 5.000, egal, ziemlich viele jedenfalls und da hätte er auch, glaube ich, also wenn mir jemand ein halbes Jahr vor der Berlin-Wahl damals gesagt hätte, ja, ihr kriegt neun Prozent, hätte ich gesagt, ja, alles klar, ne, ja, alles klar und das ist schnell und vielleicht auch zu früh passiert mit den Landtagswahlen, ja, also das ist vielleicht jetzt ein bisschen, vielleicht gefällt das jetzt nicht jedem, das Argument, aber vielleicht ist das mit den Landtagswahlen, mit den Siegen, vielleicht auch zu früh passiert, dass man plötzlich Fraktionen hat und plötzlich wie es sich war und plötzlich natürlich ganz viele Leute in diese Macht ran wollten und es ist einfach zu schnell gegangen jetzt, ja, jo. Ja, nochmal zu dem, was ihr jetzt gesagt habt, ich sehe das auch sehr, wir haben ein Problem, dass wir eben unsere Werte nicht klar herausgearbeitet haben, ich sage es nicht, dass wir sie definieren müssen, weil es gibt es ja schon irgendwo, in Europa stehen, wir müssen sie nur klein kommunizieren, wir haben es auch nicht an allen Mitglieder weitergetragen, eins von unseren, eins von unseren Zählen ist, dass wir die Strukturen im Wirtschaftssysteme verändern möchten und dass wir die Beteiligungsmöglichkeiten für die Menschen verbessern möchten, das haben sich da einige als Himmel benutzt, um ihre Inhalte gezielt in unsere Organisation zu tragen und weitergezielt in die Strukturen zu kommen und das dann nur strategisch rauszuarbeiten. Was wir versorgt haben, manchmal zu kommunizieren und unsere Mitglieder ist, dass es eben nicht nur die Prozesse sind, die wir wollen möchten, sondern dass wir eben auch, abgesehen davon, Werte haben, die wir als Partei vertreten und nur so konnte es ja dazu kommen, dass auch den Mitgliedern vielleicht nicht ganz klar war, ob bei uns der rote Faden liegt, dass Leute, die von außen kommen, mit völlig anderen Konzepten, die sie uns überstünden möchten, zum Beispiel wurde ja bei uns der Post-Gender-Ansatz versucht, uns abzuschaffen und uns eine Ideologie von vor 30 Jahren zu überzustellen. Nur als Paradebeispiel. Das ist prozessiv. Ob das dann prozessiv sein, oder ob die Leute wissen, was es ist, damit will ich immer gar nicht anfangen. Aber wie gesagt, wir haben es auch zugelassen und die Möglichkeit dazu gegeben, weil die Leute, die an den Parteitagen unsere kleinen Daten zu vorstellen, teilweise gewählt haben, nicht ganz klar gewusst haben, wo denn der rote Faden liegt oder es nicht klar definieren konnten. und somit nicht erkannt haben, wenn jemand versucht, hier etwas anderes mit sehr viel Gewalt reinzutragen. Wer ist das nicht? Ist das dann? Nein, sonst ist es nur umgezogen. Das ist aber nicht fair. Ich meine, wir müssen die Zeit jetzt nicht komplett ausnutzen. Also von daher werden wir ja sogar ziemlich gut, wenn man auch sagen muss, immer viele Punkte ist, den Blog ja auch schon weit vorher. haben wir noch ein Wort mit? Ich habe noch eine mehr oder weniger kleine Anekdote zum Thema die Zerstrittenheit in der Partei hat uns ein Riesenproblem und hat uns Wählerstimmen gekostet. Ich habe neulich einen Artikel vom 1.7.2011 gefunden bei der Taz Klarmachen zum Kentern. Einst als hoffnungsvoller Newcomer gestartet, treibt sich die Piratenpartei inzwischen intern auf. Umfrage sehen die Datenschutzverfechter inzwischen bei 3%, doch die Mitglieder glauben an den Einzug ins Abgeordnetenhaus. Ja, gute Sache. Und was mir jetzt fehlt ist, wir wissen nicht, was das größte Problem ist. Wie sollen wir das auswenden? Jetzt haben wir viele Probleme und auch viele Symptome angesprochen, die keine Probleme sind, sondern Symptome. Aber wir wissen jetzt nicht, was ist das größte Problem. Ich glaube, darauf soll man sich konzentrieren, was von diesen Dingen am schwersten liegt. Das ist wie die Ehe. Das ist das größte Problem an der Ehe, was es gibt. Ganz kurz. Ich wollte noch mal auf das eingehen, was jetzt hier gesagt wurde. Und zwar geht es da eben um das Thema Zerstrittenheit. Doch, der Punkt ist eben, wir sind in 2011 ins Abgeordnetenhaus eingezogen und sind dann einfach erfolgreich gewesen. Das heißt aber nicht, dass wir uns an der Stelle alle einig waren. Aber der politische Erfolg hat natürlich, das sage ich jetzt mal, überdeckt, hat es natürlich überspielt. Also ich sage mal, in einem Fußballteam, was ständig Pokale gewinnt oder alle Spiele gewinnt, da wird es halt einfach weniger Streit geben, weil Erfolg macht halt irgendwie erst mal sexy. Bestimmte Personen sind jetzt in einem Parlament, haben jetzt eine gewisse Medienaufmerksamkeit. da kann man dann eben auch nicht so einfach dagegen schießen oder irgendwie den Streit anzetteln. Natürlich ist es so, jetzt, wo die Partei eben bei den Wahlkämpfen zuletzt nicht so erfolgreich war, weiter den Erwartungen zurückliegt, es ist natürlich wesentlich einfacher, sich zu zerstreiten. Das heißt, wir waren uns auch damals inhaltlich sicherlich in vielen Fragen nicht einig. Das hat sich eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt geändert. Was sich geändert hat, ist eben, nachdem Wahlerfolge ausgeblieben sind, neigt man dann aus Frust auch eher dazu, zu streiten und natürlich sind viele Konflikte heute noch viel festgefahrener als damals. Weil wenn man erst mal in dem Parlament drin ist, dann sagt man, komm her, es läuft doch gerade gut und jetzt nicht irgendwie da auch bestimmte Personen rum hatten, wenn Erfolge eben einfach ausbleiben, dann neigt man eher dazu, sich da richtig reinzuspreizen. Das heißt, da ist einfach der Erfolg auch ein Faktor. Wobei ich sagen möchte, es war nicht mal so sehr die innerparteiische Zerstrittenheit, sondern es ging, auch Twitter ist nicht das Problem, sondern es ging, dass in überregionalen, ganz großen Tageszeitungen Leute, die in der Machtstruktur relativ weit oben stehen oder ganz oben stehen, dass die wirklich aufeinander eingeschlagen haben, mehr in der Art und Weise, die einfach die Bevölkerung und den Normalen abschreckt. Und sie haben dann diese Machtposition genommen und dann teilweise sich auch Parteitagen genauso verhalten. Und das ist einfach tödlich. wobei das ja eigentlich so, ja. Ich wollte noch was sagen zu der Strategie, wo du gesagt hast, dass du dann Krausewitz zitiert hast, wir können unsere Schlachten nicht planen. Die Schlachten sind die Wahlen. Die stehen fest. Das hat uns anscheinend bloß keiner gesagt. Deshalb sind wir anscheinend immer total unvorbereitet in die Wahlen gezogen. Und ja, mit den bekannten Erfolgen. Einmal hat man den Hype gehabt, da hat man keine Vorbereitung gebraucht. Da sind wir einfach so gewählt worden, weil das gar klipp war. Nachdem das vorbei war, gab es aber keine Strategie, wie wir jetzt das wieder hochziehen. Die Wahlen sind schon wichtige Termine, aber die Schlachten werden vor den Wahlen geschlagen. Und wir können entscheiden, auf welche Gefechte wir uns einlassen. um mal in der Terminologie von Klausowicz zu bleiben. Wo wir, mit wem, mit welchen Themen wir antreten wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein anderer Punkt, den ich, ein Gedanken, den ich jetzt eigentlich noch bringen wollte, das ist, ich habe ja gesagt, die Strategie hat gefehlt. Es ist dann, es gab zu viele Strategien, aber das waren ja keine Parteistrategien, die es gab, sondern das waren persönliche Strategien und Strategien von Interessengruppen. Und wir hätten nicht alle davon verhindern können, aber ich bin sicher, wenn wir eine Parteistrategie gehabt hätten, wären einige davon unmöglich gewesen und wir wären wesentlich besser darstanden. Da habe ich jetzt noch mal ganz kurz was zu dem, was ich weiß leider den Namen gerade nicht Matthias zu dem, was der Matthias gesagt hat. Also das stimmt ja schon, dass das die Leute quasi verschreckt hat, wie quasi unser Spitzepersonal miteinander umgeht. Jetzt ist allerdings die Frage, warum eigentlich? Weil die haben sich ja eigentlich nur genommen wie normale Menschen. Also das ist nur klar, also es gibt schon, also es gibt natürlich in gewissen Gesellschaftsschichten würde man so vielleicht nicht mit Konflikten umgehen, aber klare Worte gehören doch schon auch zur Konfliktkultur, auch in diesem Land. Aber nicht persönliche Verletzungen oder Absetzungen in dieser Form. Gut, ich meine, da könnte man vielleicht noch sagen, unser Problem ist die Transparenz und dass bei uns das meiste dann nach Ausdruck getragen wird. So in einer anderen Partei, da wird es dann halt im Hinterzimmer oder im Konvent abgearbeitet, da kriegt es von außen keiner mit oder vielleicht mal so wie aus vertraulichen Quellen, aber ich meine, man kann sich auch mal den Schäuble angucken, wie er mal vor laufender Kamera jemanden abfertigt, wenn er mal die Kopien nicht ausgeteilt hat. Und wie die Kritik darauf war. Das würde ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich habe die Kritik daran auch nicht interessiert. Aber wie gesagt, das ist halt gleichzeitig unser Anspruch ist ja diese Transparenz, aber gleichzeitig ist es für uns auch ein Nachteil. Manchmal, wenn man, ich bin jetzt da 30, ich tue es nicht um die Vorzune, aber manchmal muss man halt natürlich angegültes halt im Hinterzimmer dann aus. Weil wenn es dann nämlich in die Öffentlichkeit kommt, dann ist es dann nämlich schon zu spät. Emma, bevor hier zwei, drei. Also, man darf Kommunikation und vor allem man darf hier an der Stelle Öffentlichkeit nicht mit Transparenz verwechseln. Ich glaube, das ist ein Fehler, den viele bei uns gemacht haben, wo es nicht an der Begriffsdefinition, sondern tatsächlich am Verständnis bei vielen schreitert. Transparenz heißt nicht, dass man alles in der Öffentlichkeit tut. Das ist nicht Transparenz, das ist Dummheit. Und Transparenz heißt, dass man das, was man gut verständlich erklärt, dass man es Leuten ersichtlich macht, dass man nichts versteckt, dass man nichts geheim hält, was an Informationen für die Menschen wichtig ist, dass man seine Prozesse sichtbar macht. Aber nicht, dass man jede Scheiße, jeden Konflikt, jede Beleidigung oder sonst irgendwas durch den Twitterjagd. Das ist nicht Transparenz, das ist dumm, das ist einfach in erster Linie die Öffentlichkeit und zwar sehr, sehr dumme Öffentlichkeit. Ja, nachdem der Schweigl seinen Untergebenen das so abgekanzelt hat und öffentlich bloßgestellt hat, ist der natürlich zurückgetreten. Und genau das passiert bei uns letzten Endes auch. Das war aber auch keine Transparenz war schon für den Denkratzer. Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Das geht dann der Mord. Ja, auf jeden Fall reagieren wir ähnlich. Wenn wir Leute diskreditieren, heraufsetzen, dann müssen wir das auch ersetzen. Du hast es eigentlich schon gesagt, es geht um unsere Kommunikationskultur an der Stelle und das weiß, sollte eigentlich jeder wissen, sagen wir so, dass ich kann jemanden für einen Arschloch halten, das heißt noch lange nicht, dass ich ihn öffentlich so bezeichnen muss. Wenn ich es unbedingt will, dann kann ich ihm das unter die Augen sagen, dann haut er mir einen runter. Aber nein, der springende Punkt ist, wir brauchen eine vernünftige Kommunikationskultur und nicht jedes Schimpfwort gehört in die Öffentlichkeit. Also meine Wahrnehmung dieser öffentlichen Dinge, vor allem Twitter und so weiter, war die, da ich ja ein nicht-menschlich Mensch bin und zumindest bei Twitter darauf verzichtet habe, mir das anzutun, ich nehme das halt von außen wahr und sage mir, welche Relevanz hat das überhaupt? Wirklich? Ich glaube gar keine. Also so richtig, wenn man mit Menschen, die jetzt mit den Piraten nichts zu tun haben, mein Infostand spricht, an denen gehen solche Dinge total vorbei, das ist eine Sache, die vollkommen hinterher ist. Ich mag ja sein, dass du ein paar ganz, ich kenne keinen, der mich je darauf angesprochen hat, der nicht bei den Piraten ist oder die ich zumindest irgendwie erfählen, dass er ist. Aber es gibt für mich die Berichten, die dann über die Kompeten, die über Twitter laufen und dann in der Zeitung. aber es tut doch schon lange keiner mehr. Ich werde ja nicht aber Zeitungsgericht. Ich will jetzt nicht überbewerten. Kannst du kurz direkt antworten? Ich glaube, ich muss direkt was willst du denn sagen? Zeit zu Uhr! Ich wollte bloß kurz sagen, es interessiert außen niemand, aber es demotiviert uns selbst. Und das ist eigentlich das kein Problem, warum wir eigentlich dringend unsere Kommunikationskultur überdecken sollten. Das ist doch gut. Sie brauchen mein eigenes. Super User. Ne, also wir brauchen das jetzt auch nicht noch weiter zu vertiefen. Also es ist richtig, wir haben ein Problem mit der Kommunikation. Ich frage da natürlich auch nur noch das Hauptproblem, was wir tatsächlich haben. Ich sehe es nicht so, dass es für für Extern wirklich ein Hauptproblem ist. Das ist aber da einwand völlig richtig und war gut, dass es uns selber demotiviert. Weil ihr, das was ich wahrnehme ist, dass diese Partei seit mindestens eineinhalb Jahre in einer tiefen Depression steckt. Also für mich ist das ein großes Problem, dass diese Partei depressiv ist. Und wir müssen aus dieser Depression auch wieder rauskommen. Also wir brauchen eine Perspektive, wie wir wieder Erfolge haben, die uns aus dieser Depression wieder rausbringen. Diese negative Kommunikation, die wir machen, führen uns eher wieder tiefer in die Depression. natürlich auch, wenn wir auf einen Punkt wie eine Landtagswahl jetzt in Sachsen, Brandenburg oder Thüringen zuarbeiten, wenn viele Parteimitglieder dort aufgerieben werden und es bleibt der Erfolg aus oder unter den Erwartungen. Das führt die Piraten vor Ort noch tiefer in die Depression. Also das, finde ich, ist im Moment ein großes Problem dieser Partei, dass wir in einer tiefen Depression stecken, wobei das auch durchaus auch ein Symptom ist, dass wir in einer Depression stecken, aber das kann man da nicht ganz klar machen, ob das jetzt schon Symptom Ursache ist. Auf jeden Fall nehme ich das wahr, dass wir in einer Depression stecken und da müssen wir rauskommen. Ich glaube, ein Problem, was die Partei eben auch hatte und in den letzten Jahren hatte, war, es gibt eben zwischen den Parteitagen keine Möglichkeit, wo wir als Partei Entscheidungen treffen können. Das ist auch schon früh erkannt worden und es ist dann eben als Lösungsmöglichkeit eben Liquid Feedback angeschafft worden. Liquid Feedback ist ein strukturierter Prozess, wo man Meinungsbilder oder wo man eben abstimmen kann, wo man verschiedene Vorschläge parallel laufen lassen kann, wo man als Basis eine Entscheidung treffen kann, wo dann, weil das Problem ist ja zum Beispiel, auf dem Parteitag ist die Kapazität ja extrem begrenzt. Das heißt, die reicht aber weiter nicht aus, um alles zu entscheiden, was wir entscheiden müssen. Der Vorstand hat wiederum das Problem, dass er ungern entscheidet, wenn er nicht weiß, wie dem er halt der Basis darüber denkt. Und die ist eben schwer auszurechnen, wenn die Partei extrem stark wächst. Das Problem mit Liquid Feedback war, dass es aufgrund von Delegationen einfach keine Akzeptanz erreicht hat. Das heißt, da kann man natürlich Meinungsbilder reinstellen, dann sagt der Held in der Partei halt, ja, das war ja im Lied mit, das zählt ja nichts. Und da, das hat uns in dem Sinne eigentlich gefehlt. Denn dann ist es so, dass effektiv irgendwie irgendwelche Leute machen, andere können das kritisieren und dann entsteht auch, er entsteht natürlich auch ein Streit, weil wenn ich es nicht über eine Abstimmung lösen kann, über Mehrheiten, weil ich diese klare Entscheidung nicht habe, dann muss ich es eben irgendwie anders tun und dann wird es emotional und dann werden Leute halt auf Twitter wild. Vielleicht ist da irgendwo ein Ursache-Wirkungs- Zusammenhang. Ich glaube, wenn wir einen Prozess haben, wo wir Meinungen ganz klar abfragen können, Stimmungen abfragen können, sagen können, will die Partei dies, will die Partei dies nicht, das würde eben einfach vieles lösen. Aber wenn ich sage, okay, der Vorschlag hat 88% Zustimmung bekommen, alle haben sich dort beteiligt und das wird akzeptiert, dann ist natürlich auch das Potenzial dann dementsprechend drauf rumzutrollen oder Stress zu machen halt geringer. Weil man ja mal sagen kann, hier kann man ganz klar den Grad der Zustimmung messen, das hat uns eben gefehlt, weil die keine Akzeptanz hatte und dadurch ist sehr viel verbale Gewalt entstanden. So, möchte ich dir noch was sagen dazu? Ja, einen noch gleich. Ja, das, was der Jens gesehen hat, aber wir auch gesehen, mir hat das Lieblitt auch genervt, weil ich plötzlich festgestellt habe, da gibt es Delegationen und Superdelegationen und sonst was und dann hat das für mich mit dem demokratischen Meinungsbildungsprozess nichts mehr zu tun, weil ich nicht mehr weiß, wie stimmt es und das macht halt einer irgendwie. Und das war auch meiner Meinung nach der Grund, warum es gescheitert ist. Wir haben innerhalb unseres Kreisverbands allerdings mit Lime-Service was gemacht und da hat sie dann mir eigentlich die Frage gestellt, habe ich jetzt, wenn ich jetzt weiß, ich habe ungefähr 80 Leute in dem Kreisverband und wir hatten mehrere Lime-Service und wir hatten immer so Beteiligungen von 20, 22 Leuten. Jetzt ist die Frage, ist es die Beteiligung so schlecht oder sind es 22 tatsächliche Mitglieder und die anderen, die sind halt vergessen worden, aus der Kartei zu streichen. Da bin ich noch auf dem Weg, das rauszufinden. Ich glaube, das Zweite ist der Fall. Was heute jetzt noch nicht gefallen ist, was wir auf dem Landesparteitag ja auch als Problem schon herausgearbeitet hatten oder was mehrmals angesprochen wurde, dass wir einen fehlenden Markenkern haben. Also das, wofür wir wahrgenommen werden von den Wählern, von der Öffentlichkeit, nicht das, was wir unbedingt für gerade das drängendste Problem halten, sondern was die Wähler so direkt aus der Pistole geschossen sagen würden, dafür stehen die Piraten, nämlich das haben wir schon im Wahlkampf in Niedersachsen Anfang 2013 mehrfach gehört, dass man gar nicht weiß, wofür diese Partei überhaupt steht. Also der Partei fehlt einen klaren Fokus, ein klarer Markenkern, das hat jetzt nichts mit Kern die Volley zu tun, sondern der klare Markenkern, wofür die Partei steht, was die Ziele dieser Partei sind, warum soll man diese Partei wählen. In letzter Zeit war es ja nur noch so, eher das Ziel der Partei ist, in den Landtag oder den Bundestag und der Wähler hat die Begründung dafür schlichtweg gefehlt und dann sieben wir, wir müssen halt einfach in die Parlamente damit was ändern können. Das ist irgendwie beim Wähler nicht ganz aufgegangen. Früher haben wir für Ziele gekämpft und wollten dafür, dann die Zustimmung des Wählers und mittlerweile geht es im Zentrum noch darum, um Karriere zu machen. Sowieso ist die Wahrnehmung zumindest von außen also. Der Markenkern ist für mich eines auch der wichtigen Punkte, die wir herausarbeiten müssen, den wir auch klar kommunizieren müssen. Wenn es der Wähler nicht weiß, wofür wir stehen, haben wir als Partei einfach ein Problem. Das hat sich jetzt damit eigentlich erledigt. Wenn jetzt nicht direkt jemand aufspringt und sagt, er muss jetzt unbedingt noch was ergänzen, was wir an großen Problemen haben, dann war das jetzt gerade das Schlusswort, dass wir ein Problem mit unserem Markenkern haben, dass wir keinen Markenkern haben. Ansonsten würden wir dann diesen Top schließen und dann zum nächsten Top überleiten. Davor haben wir natürlich wieder eine kurze Pause. Der nächste Top wäre dann die These ohne Strategie kein Erfolg. Wir haben das ja vorhin schon gehört, dass wir entweder viele Strategien oder gar keine Strategien haben. Meine These ist, dass wir eine Strategie brauchen und ohne eine klare Strategie der Gesamtpartei haben wir keine Erfolge. Da wir gerne im vierten Punkt noch mal sprechen. Eine Strategie. Und dann machen wir noch mal eine Stunde Pause und sprechen darüber. Eine Strategie brauchen eine Strategie, viele Strategien. Es besteht keine Verbindungen. Eine Strategie.